ja hallo mich er kotze der rucksackunternehmer willkommen an diesen fantastischen tag zum besten video aller zeiten vorteile von einer dividende passives einkommen einkaufen das ist unser thema heute 24 aufrufe ist glaube ich heute erschienen das video ja ich glaube schon schauen wir uns das einfach mal an das ist ja von tobias aktienwelt keine ahnung ich glaube der hat das jetzt auch schon paar mal umgenannt sein kanal aber umso interessanter was hat denn unser tobias ja uns für vorteile wie weit ist er finanziell frei und kann davon überhaupt reden von passiven einkommen als junger hüpfer das werden wir uns jetzt anschauen sind die wenden aktien wirklich besser im heutigen die möchte ich mich genau dieser frage stellen und die vorteile von die wenden hervorheben im kommenden sprechen wir dann über die nachteile von die wenden aber heute mit den vorteilen anfangen ich habe mir jetzt gemacht und er würde mit dem ersten punkt beginnen denn wir klären zunächst einmal was denn ein dividende ist okay vielleicht für ein paar starter interessant habe ich jetzt gar nicht bedacht dass du überhaupt nicht weiß was an der dividende ist ich bin schon ein bisschen älter ich habe das auch sehr lange gar nicht auf dem schirm gehabt mit den dividenden das ist natürlich ich habe immer nur den aktien wachstum gesehen und aktien gewinne damit machen aber dieser dividenden teil ist ja auch interessant und für manche sogar sehr sehr interessant dass du vielleicht ganz klar eine dividende ist eben eine ausstellung von einem unternehmen aber stimmt nicht ganz ist nämlich eine gewinnausstellung denn du beteiligst dich als aktionär wissentlich am gewinn eines unternehmens das heißt es muss ein unternehmen sein das natürlich auch schon gewinn macht wenn man die die wende erwartet und im bestfall auch steigenden gewinn steigende umsätze um auch steigende dividenden erwarten zu können jetzt immer wieder unternehmen die natürlich noch keinen gewinn machen weil sie am anfang ihrer karriere stehen oder erstens noch dieser schnelle wachstum ausleben möchten bedeutet wachsende unternehmen sind keine die im normalen dividenden ausschütten also zur kategorie welche schütten keine aus kämen jetzt unter einem wachstums aktien starke wachstumsaktien und unternehmen die noch keinen gewinn machen als beispiel tesla macht auch keinen gewinn fiverr macht auch keinen gewinn aber so was wir hatten mich auf die machen ja und dann weiß man auch nicht wie die hauptaktionäre das unternehmen aufstellen wollen will tesla viel zu kaufen und 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 braucht deshalb das geld sowie amazon amazon macht gewinn also je nachdem aber die investieren echt alles also wenn ich nicht so viel investieren würden würdest du richtig dicke dividenden bekommen aber da ist halt einfach nur wachstum 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 und die investieren ihre ganzen gewinne aber rein theoretisch könnten immer noch ein bisschen wachsen wenn die nur ein bisschen investieren würden und dann halt gewinn ausschütten mal so eine mischung raus aber die wollen halt einfach über durchschnittlich wachsen aktuell ist das wachstum schon verfallen also das was man sich mal ganz so stark deswegen kann man auch schon beginnen eine dinge auszuschütten so das sind die zwei punkte von unternehmen die eben keine dinge ausschütten das klingt du wieder das ganz vielleicht noch mal so ein anmerk mit dem wachstum hat das manchmal auch nichts zu tun sondern wirklich wie viel geld die für den für das wachstum ausgeben wollen weil wachstum kostet ja geld wieder durch werbekampagnen wachsen firmen oder sowie bei er bieten video auf einmal weil die so einen shitstorm bekommen haben auf einmal viele mitarbeiter für den sport einstellen und für die für die prüfung der angebote einstellen mussten und so und deshalb sind dann halt auch sehr viel kosten drauf zu bekommen also warum wachsen die also wachstum heißt nicht immer das ist auch dass die ja keinen gewinn machen und müssen da viel investieren es gibt ja auch manchmal positiven wachstum ja also einfach mal schauen so ja aber viele firmen investieren echt viel geld ins wachstum und deshalb können wir wieder auszahlen so zum prinzip ist es eigentlich auch aber das muss ich mal gesagt haben dass eben eine gewinnausschüttung auch ein gewinn erfordert oder die denn zumindest einen gewinn erfordert wenn kein geld da ist es gibt ein paar unternehmen die versuchen das so ein bisschen heimlich über neue schulden oder sonstwas aber diese firmen sind dann nach ein paar jahren pleite also du siehst das immer mal wieder dass man hat firmen dann über schulden die dividende auszahlen wollen oder so meistens das so die letzten atemzüge oder so schüttet das unternehmen kein geld aus weil sie im normalfall besseres damit zu tun hat google zum beispiel das autonome fahren und amazon hat das cloud geschäft in dem man immer und immer größer wachsen möchte ein weiterer punkt wäre zu viele möglichkeiten wenn ein unternehmen so viele möglichkeiten hat dass man sich ganz entscheiden kann was man zuerst macht dann wird man das geld eher in der eigenen kasse oder in tasche behalten all das an die aktionäre zu verteilen denn der konzern xy der wachstumskonzern ist sich dessen bewusst dass er mit dem geld sehr weiter sehr weit wachsen kann und er weiß auch dass die meisten aktionäre das vermutlich in anderen unternehmen stecken die gewinnanschüttung oder dann verkonsumieren und das muss nicht unbedingt sein die rendite für das eingesetzte kapital ist dementsprechend höher als die dividende wenn die rendite für das eingesetzte kapital ist zum beispiel 30 prozent sind oder 40 prozent dann macht es einfach keinen sinn dass man einen bruchteil dieses gewinns an aktionäre also an fremde personen ausschüttet die eben keine so hohe rendite auf dieses kapital haben diese vier euro zum beispiel beim bund bei einer rendite für das eingesetzte kapital von 40 prozent dann wird aus einem euro dann 1,40 euro das ist ja gut ich glaube du als privatperson kannst selten von dir behaupten dass aus einem euro 1,40 euro macht und das nur indem du dein kapital eben für sich arbeiten lässt und diese unternehmen die maßenden unternehmen können das eben normal verändern entschuldige um die übrigens die lichtverhältnisse also irgendwie scheint das nicht ganz zu passen gerade naja welchen grund gibt es jetzt aber für eine dividende also was sind die vorteil davon unternehmen die eine dividende ausschütten sind zunehmend in einem gesättigten markt aktiv was bedeutet das das wäre ein markt der schon vollkommen von markt teilnehmern voll ist beispielsweise der konsummarkt oder eben der getränkemarkt tabak wäre auch so thema in diesen markt lohnt es sich nicht mehr zu investieren beispiel coca cola weil der süßgetränke markt einfach schon komplett überfüllt ist und außerdem der die nachfrage immer mehr abnimmt weil man eben immer mehr in den bereich nachhaltiges konsumieren gehen möchte zumindest möchte das ein großteil der bevölkerung schützt man eine dividende aus weil man das geld eben nicht weiter braucht also man kann das ruhig hergeben man kann damit nicht extrem weiter wachsen und das ist eingesetzte kapital die rendite für das eingesetzte kapital vom unternehmen ungefähr so hoch wie bei dir als privatperson deswegen ein grund für die wende ein weiterer grund den viele nicht aus dem stehen haben ist das institutionelle anleger die tenden lieben also die großen pensionskasten zum beispiel die lieben dividende weil das einfach ein sehr sicheres einkommen ist zumindest wenn man sich die amerikanischen fonds anschaut in amerika ist diese dividende hat noch mal in deutschland ist es ein stiefkind in deutschland ist es einfach so deshalb hatte ich das auch lange zeit nicht auf dem schirm einmal im jahr wird eine dividende ausbezahlt das ist so standard hauptversammlung dividende ausbezahlt in amerika ist es aber auch ein einkommen für viele investoren egal ob das jetzt große investoren sind oder kleine deshalb wird das halt dort im quartal ausbezahlt und vier mal im jahr und ich finde das das hat irgendwie vorteile für mich erst mal bin ich motiviert bei vier mal im jahr irgendwie da 50 euro da 50 euro oder so und man kann es auch sofort wieder reinvestieren also ich mag das oder auch bei rietz einmal im monat es ist eine fantastische einmal im monat die dividende zu bekommen das verstehe ich auch nicht in deutschland ist die aktienkultur hat nicht so und deshalb einmal im jahr deshalb lieben mich halt die amerikanischen unternehmen ok jetzt jj also johnson johnson wird wohl kaum nach 58 jahren die wendensteigerung von heute auf morgen sagen nein also in diesem jahr bekommt ihr keine 2,7 prozent dividende das wird nicht passieren zumindest nicht so schnell und genau deswegen setzen unternehmen eben auf diese konzerne außerdem kann man damit mit dieser dividende dann auch in die pension von den leuten die eingezahlt haben bezahlen mit wachstumsaktien müsste man diese verkaufen ja also das ist schon ein vorteil und dementsprechend investieren institutionelle anleger eher in aktien mit dividende auch immer ein großer grund für unternehmen zumindest eine kleine dividende zu zahlen damit hier auch große pensionskassen und so weiter einsteigen daher gibt es auch die dividende steigerung also deswegen möchte man unbedingt aristokrat oder könig werden das ist eben dieses nonplusultra in amerika weil es eben ganz viele aktionäre und ganz viele institutionelle aktionäre vor allem an dich herantreibt also ich glaube es gibt keinen keine aktie die irgendwie stark unterbewertet scheint oder die keine käufer findet wenn sie schon mal 50 jahre die wende erhöht hat das ist sehr unwahrscheinlich es gibt natürlich ausnahmen wie wahlgrenze haben seit 34 jahren glaube ich erhöht und da stimmt einfach das geschäftsmodell nicht mehr aber so eine walmart die wird man glaube ich immer loswerden es gibt es also sehr viele positive argumente führen die wende zumindest meiner ansicht nach außerdem ist ein weiter naja es ist ja so wenn ich mich an ein unternehmen beteilige möchte ich ja auch etwas zurück haben und das ist dann auch egal stell mal vor du hast im ort du wohnst in so einen kleinen ort da ist eine pommesbude und du beteiligst dich einfach mit 20 prozent des gründungskapitals an die an der pommesbude dann freust du dich doch wenn die pommesbude gut läuft und du bekommst nach ein jahr 20 prozent der gewinne ausbezahlt weil du halt anteile an der pommesbude hast dafür machst du es doch auch dann dafür investierst du doch dein geld ja du könntest jetzt sagen ja aber ich könnte die pommesbude in zehn jahren teurer verkaufen und habe dann irgendwie einen wertzuwachs aber ich finde das auch dass du halt von den gewinnen etwas aus gerade wenn du dann halt in gmbh oder was investierst willst du doch cashflow zurück kam für dich irgendwie als investor völlig normal und ich hoffe nicht dass das ja klar das ist noch ein schönes zumut du kannst die pommesbude in zehn jahren verkaufen vielleicht für 200.000 euro oder so aber selbst bei den sachen wird zu jedes an cash form und deshalb finde ich ganz cool ja es ist nicht dass nur die wieder neu schieben mittlerweile am anfang habe ich auch so ein bisschen nur auf dividenden geschieht mittlerweile nicht ganz so aber ich will trotzdem die wieder nahm ich will sie haben der positiver grund das unternehmen nichts falsch machen können ja klingt auch eigentlich logisch aber das privatperson kann es eben auch fehler machen aber es kommt immer wieder wenn man sehr groß ist und jetzt viel geld übrig hat zu falschen zusammenschlüssen general electric hat zum beispiel diesen fehler gemacht die haben im grunde alles aufgekauft was ging und waren dann so verwirrend verstruktet dass man da eigentlich nichts mehr auf die reihe bekommen hat weiteres beispiel die es ja so ein mischkonzern oder so aber das ist doch ein anderes ding also das ist doch jetzt nicht die vorteile der dividende ob da halt zum mischkonzern ich meine mercedes hat ja teilweise auch eine gute dividende bezahlt aber die haben den letzten 40 jahre seit der 80er jahre sie haben so viel schrott gekauft jeder neue vorsitzende hat dort irgendwie neues konzept der eine wollte dann irgendwie luftfahrt und raumfahrt konzern raus machen aus mercedes der nächste sagt nö machen wir nicht mehr verkaufen war alles mit verlust der nächste will dann halt so ein welt der auto konzern machen mit weiß ich nicht general motors am besten mitschubishi und keine ahnung was und die kreisler war das kreisler erzählen ist kreisler und auch wieder auf die fresse gefunden und die sind so unfähig teilweise warum mercedes hat zehn prozent an tesla und die haben hier halt spott billig verkauft also erst mal zehn prozent eingestiegen das war echt cool hätten sie heute immer noch dann werden diese tesla anteile mehr wert wie alles andere also die zehn prozent tesla anteile sind glaube ich das x-fache wert von mercedes also fehlentscheidungen sind bei so vielen konzernen immer alle tags oder das ist doch ein anderes thema und santo könnte man auch sagen war ein guter kauf zumindest die idee dahinter aber man hat einfach so viel geld dass man nicht wusste was man damit tun soll und hat man einfach mal zu gekauft also die gift firma im deutschen aktien index wurde zu gekauft war wohl nicht unbedingt schlau auf jeden fall aber hätte man dieses geld ausge verteilt also ausgeschüttet und es gibt so viele fehlentscheidungen also aus meiner sicht jetzt zum beispiel thyssenkrupp die haben fahrstühle gebaut die besten die fahrstuhl sparte von thyssenkrupp war genial die hat den ganzen konzern am kacken gehalten und für eine einmalzahlung hause ich weiß nicht 17 milliarden oder sowas aber dieser dieser rest dreckshaufen von thyssenkrupp der wird da ruckzuck vernichten diese 17 milliarden und die haben das sahnestückchen weg und in zwei drei jahren wird thyssenkrupp vielleicht pleite sein nichts mehr wert weil sie die vier filetstückchen verkauft haben also viele entscheidungen sind immer aber das hat ja jetzt nichts mit der dividende zu tun passives einkommen einkaufen wäre man jetzt besser dann zumindest mit der kurs von bsf auf jeden fall etwas höher notieren das glaube ich zumindest ja also zu viel geld ist nicht immer gut für unternehmen für aktionäre auch nicht unbedingt also so eine im kurs mit zehn prozent das lockt auch investoren ist aber nicht immer der positivste faktor das war aus eigener erfahrung ich habe auch im programs gekauft war einer meiner ersten aktien erst wie vielen drei aktien der große einzeln kauf zu damals 800 euro die position ist glaube ich jetzt noch 550 euro groß also die dezimiert sich von selbst habe ich bekomme eben auch die ausschüttung das waren damals 8,4 prozent ja war nicht die beste idee kann man so sagen aber man investiert ja auch ein bisschen langfristiger mehr also es kann ja ruckzuck verluste hat er ja noch nicht gemacht hat ja noch nicht verkauft viele vorteile von dividenden vor allem dieses stetige einkommen das sind eben auch große institutionelle anleger lockt aber ich kann es auch durchaus verstehen dass eine google sagt nein wir wollen jetzt dieses autonome fahren für uns entwickeln und wir schütten dementsprechend keine dividende aus bei facebook hingegen könnte ich mir vorstellen wenn die mal sagen jetzt haben wir whatsapp wir haben instagram wir haben facebook wir haben alle sozialen kanäle die es gibt wir kaufen auf pinterest und dann schütten die dividende aus weil was sollen wir noch alles investieren also irgendwann wird facebook zu einer cash maschine die man nicht mehr aufhalten kann in den sozialen medien und dann kann man eben auch eine dividende ausschütten genauso bei coca cola coca cola wird nicht von heute auf morgen verschwinden auch wenn da schon ganz oft gesagt wurde dass jetzt endlich coca cola von der bildfläche verschwinden wird und dass der trend zum gesunden leben genau jetzt stattfindet er hat gesagt dass coca cola von der bildfläche verschwinden würde was redest du auch wenn man gesagt hat zwar schon zig tausende mal der fall in der gesamten geschichte und das ist noch nie passiert also ich glaube da nicht dran dass diese unternehmen in den kommenden zehn jahren pleite gehen werden vielleicht nicht mehr ganz so profitabel sind und vielleicht sieht der kurs auch nicht an wie schon bei coca cola da bewegt sich der kurs seit zehn jahren im grunde nicht von der stelle aber es gibt eben diese dividende ok was redet der da ok und auf die wird von vielen gesetzt unter anderem auch von mir aber eben nicht nur darauf also ich schaue auch dass ich starkes die wachstum habe weil es einfach gut finde also ich finde es besser wenn ein unternehmen noch relativ frisch ist vielleicht erst zehn jahre die grenzen erhöhung hat also erst und dafür mit zehn prozent steigert und dann von einem prozent irgendwann in zehn jahren oder 20 jahren auf fünf prozent kommt oder sechs prozent als wenn ich diese drei vier prozent von coca cola habe und die beständig ohne sonderliche erhöhung mein leben lang habe also ich glaube die chancen vor allem auch bei visa mastercard oder weil sie nicht eine diese hätte ich jetzt gesagt aber gut das ist auch ein anderer fall sind einfach größer auch bei der dvd weil ich noch so viel platz ist diese zu steigern auch bei der ausstiegsquote bei der ausstiegsquote von 20 prozent glaube ich nicht dass man hier aufhört zu steigern wenn man hier mal bei fünf prozent die wende wäre also es kommt doch echt darauf an wie das geschäftsmodell wie sich der markt entwickelt auch diese beispiele ein bisschen und keine ahnung was disney hat echt gut dazu gekauft die letzten jahre das fing an irgendwie mit pixar die echt viel viel geld gekauft haben von steve jobs damals dann halt weiter star wars haben sie gekauft für wenn irgendwann mal keine möglichkeiten mehr ist was zuzukaufen weil man hat die großen marken hat was wollen die noch zu kaufen die sie oder so oder keine ahnung was dann ist vorbei dann können sie auch gewinne machen und weiter auszahlen und mehr auszahlen wie jetzt dann halt wo sie in den letzten jahren echt gut dazu gekauft haben oder wenn dann halt in jedem zweiten landen disneyland ist oder so fast jetzt in europa sind wir gar nicht so gesegnet von disneylands keine ahnung warum das bei paris ist aber wenn dann halt in deutschland disneyland ist und in niederland und keine ahnung was kann man ob sie es wollen aber dann irgendwann sagen so okay jetzt können wir mehr ausschütten das sind doch diese faktoren jetzt haben wir dann halt aber ich glaube dass es immer weiter gesteigert wird bis man eben mal zum kritischen punkt kommt vielleicht 75 prozent und dann sich überlegt möchte weiter steigen oder möchte man sie jetzt stabil halten coca cola gleichzeitig auch die dividenden es gibt ja auch firmen die sagen hey wir schütten nur einen teil dividenden aus recht machen wir aktien rückkaufprogramm und 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 darauf geht er gar nicht ein oder so aber das video ist jetzt gleich auch ende ich würde einfach mal sagen wir hören jetzt auf bevor wir das passives einkommen einkaufen fragezeichen das video thema hat also ein bisschen verfehlt wie gesagt vorteile einer dividenden da auf einmal geht er dann halt rum alles von fehler und keine ahnung was ich weiß nicht ich finde gut an aber dann auf einmal beim fehler thema verfehlt auf jeden fall und wer das sind ja viele andere faktoren bei so unternehmen kann ich noch weitere unternehmen aufkaufen habe ich dann schon im markt macht oder so was will jetzt apple apple wird höchstisch klein unternehmen aufkaufen ja aber warum sollen jetzt aufkaufen oder so oder keine ahnung was macht ja keinen sinn oder das apple jetzt irgendwie microsoft aufkaufen ist die übernahme ist auch irgendwie sinnlos ja das sind doch die entscheidenden sachen so mein name ist michael kotz ich bin rucksack und ich habe hier noch zwei weitere videos würde ich schaue sie auch an abonnier auf meinen kanal wenn das video gefallen hat ich bin raus